Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weil ihr diese Videos ja so sehr mögt, haben wir heute wieder mal ein Follow-Me-Raum für euch am Start. Die Mutti ist heute auch wieder mit am Start. Ja. Pass auf, wenn du die Tasche da hinhängst. Mach der sie kaputt. Mutti, du hast heute Löckchen. Hast du die Haare nicht geföhnt? Nein. Du kannst doch einlassen. Mach auf! Die Kamera eben abgeleckt. Echt? Hupsi. Guck, der ist schon hier. Der spekuliert schon hier auf die Tasche. Aber lass ihn abbeißen. Nami-Nami. Darf ich auch mal? Das war mein Pferd. Das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Die Masche. Der ist ein Pferd. Der ist ein Element, aus dem einen Pferd. Vor allem das ist er. Einemalgen. Der war sein Pferd. Aus von der Zeit. In dem einen Pferd. Du kannst doch auf einem Pferd. Die ist klasse, ja. Die finde ich auch toll. Dafür würde ich mich auch mitbürsten lassen. Was machst du? Ich weiß, ob du jetzt genug Brot gekriegt hast, oder nicht? Genau, wasch mich mal. Ich habe nicht letzten Abend das letzte Mal gewaschen. Kokoscreme, lecker. Wie lecker, wenn es alles so ist. Ich habe nämlich das eine Sattelblatt. Wie lecker. Na. Nein. Oh nein! Oh nein! Espresso hat eben gemeldet, dass wir die Gärte vergessen haben. Ich habe meine super ganze Gärte gesehen. Ich weiß nicht, was er Espresso damit gemacht hat. Die war jetzt schon kaputt. Das ist meine Tasche. Das müssen wir mal beibringen. Nimm die Tasche. Nimm die Tasche. Nimm die Tasche. Nimm die Tasche. Das war aber zu weit weg. Die Hose war zu eng. Abteilung im Arbeitstempo. Galopp. Marsch. Galopp. Warte, wir müssen es... Tada! Yippie! Yippie! Ist das cool da unten, das Hockerschen? Isa? Was macht der da? Ah! Ja! Ungehock geschmissen! So, ihr Lieben, ich sitze jetzt auf dem Espresso. Und wir reiten ein bisschen Schritt. Die Mama sitzt irgendwo... da auf dem Ochser. Ist ja eben schon wunderbar gesprungen. Wir reiten jetzt ein bisschen Dressur. Ein bisschen... So mega viel Marsch bei der Hitze auch nicht. Ist ja auch nicht so schön fürs Pferd. Und dann gehen wir noch ein bisschen duschen. Wälzen. Erst wälzen, dann duschen. Espresso. Da ist Mama. Da bin ich. Da klingelt das Telefon. Da. Da gilt. Da ist lange. Da geht es. Da geht es... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt legen sie im sauberen und nicht da unten in der falschen Stahlgärze. Also die Mama, die geht es einfach nicht in Bandagen richtig aufzuwickeln. Willst du die nochmal benutzen? Ja. Ja, aber die sind so labberig. So, guck mal, wie das geht. Jetzt guck euch mal diese Bandagen an und diese. Schau mal, was genau fühlst du da? Was sieht denn das besser aus? Was sieht die das? Ich finde der voll gut. Pass auf, der beißt da rein. Oh, so Sachen machst du. Einen Pferdepuppo. Gehen wir? Gehen wir? Nehmst du deinen Halbster und wir gehen? Wir müssen ja erstmal ein gemütliches Plätzchen finden, da muss er ja in dem Sand liegen. Scheiße. Wir wollen jetzt hier jetzt gehen, wir machen jetzt kein Ober hier. Nein. Lass dir einen Sonnenplatz ausgesucht hier, weißt du? Ja, wenn ich nicht auf dem Platz liegen kann, leg ich mich hier in die Sonne. Stimmt, aber wirklich. Schaut mal. Genau hier in der Sonne. Das ist schön, gell, das ist besser. Ich bin nass. Aber ich komme jetzt nicht näher. Leute, ich bin nass. Es war so gut, jetzt noch was zu futtern. Dann geht er wieder raus. Und ja, das war's für mich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!